Sorry, dass wir mein Hintergrund Gut, man hört mich Okay, mein Stream hab ich da Mein Game hab ich da Meine PS4 hab ich da Meine Maus und Tastatur hab ich Hier Ups Ja, also alles ist fertig Vor dem Stream Ah, Fischi, 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 Fischi Ey, vor allem, dieser Mord ist so frech, ne, hört doch So, die sagt, hat keinen guten Tag Ich weiß nicht, ob ich, ja, ich wär auf Maus und Tastatur mal ne Runde Aber mein Controller ist fast leer Vorteil und Nachteil Und Weihnachten kann's vielleicht sein, dass ich nur ein PC habe Ne Webcam Also, dass ihr mich auch im Stream live sehen könnt Darauf freu ich mich unnormal Mal Dass ihr mich mal in Realität sehen könnt Und wie es aussieht, wenn ich mich spiele Aber ich glaube, erstmal fang ich an mit, dass ich meine Maus und Tastatur zeige Wie ich sie spiele Oder mein Controller Wieso sind hier zwei von den Leuten hier Oh Gott, da kommt Weg nach, da muss ich kurz aufkontrollen Ich bin nämlich an das Kacke Hä? Ah, ist die Waffe Oh mein Gott, was? Helll So Junge Ah, aber dies besser Ich vergesse Ich vergesse immer diese Minis zu nehmen Wenn ich da eins liegst Heute kommt vielleicht wieder ein 3-Stunden-Stream Heute kommt vielleicht wieder ein 3-Stunden-Stream Oh Gott Ich bin so im Arsch Du scheierst Ja, Digga, heil dich doch noch mehr. Wer ist das? Ja, Digga. Das ist halt wieder so ein Schwitzer, ne? Okay, ist white. Oh, ich auch. Oh mein Gott. Ich will das noch nehmen. Warum denn ich? Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Ja, Digga, wir hatten da jetzt eingeladen. Kenn ich nicht, nenne mich nicht an. Hat der Prägraden voll für Mord gemacht, währenddessen er auf unbiologischer Weise gestorben ist? Auf jeden Fall muss ich eine Sache kurz gucken. Die Mausempfindlichkeit, die ist so schnell. Guckt. Äh, Maus. Ich habe das ja komplett hoch, alles. Ich glaube, ich muss es mal wirklich ein bisschen. Es ist zu extrem. Schaut mal, Leute. Okay, die Runde wird jetzt mit Maus, das tut mir spät. Hä, Leute. Äh, da. Mausmpfindlichkeit. Mach ich mal so. So, so. Anwenden. Ich hab mal nur so schnell. Anwenden. Oh, dich mal herfen mal. Anwenden. Sack. Okay, jetzt guck ich auch nicht mehr so schnell. Ach, oder liegt's daran? Oh, kurz. Ups. Ähm, hier. Da. Da. Das ist doch... Was ist... Was sind denn diese Partikel da? Ich versteh's nicht. Da guckt, dieses Viereck. Das ist voll extrem. Weil sich fliegt mal genau dahin. Das ist hier. Ah, man sieht's auch im Stream. Junge, voll die Almweg-Schlüpfer. Vor allem, wenn du nur einmal so Schluck auf hast, dann geht das so. Naja, also, Maus, hast du ja, tu Schluck auf. Ne, danke. Na, der Skin hat irgendwie voll den Trip. Oh, Wende. Wende. Ui, Wende. Wende. Wende, ja. VTM, nicht VTM, gleich ein Tier. Ich bin nämlich der Franzisko Winkler. Oh, Splash ist. Splash. Splash. Ich mach einfach immer so, so, so. Und dann... ...kommt ein Gegner. Und dann check ich, dass ich sie noch benutzen könnte. Und das ist mir danach aufgefallen, nachdem ich's gemacht hab. Da heuchelt wer, da hör ich doch weh. Ja, 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 ich hab dich schon gehört, du kleiner Keck. Ich komme und dann heucheln sie. Oh. Ja, 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 ich hab dich schon gehört. Ja, ja, ja. Erstmal sch... ...what the fuck. Alter. Ich bin kacke. Du Noob. Du Heuchler. Du Heuchler. Geh weg. Ah. Ja, er hat sich selber umgebracht. Hä, was Neues? Ist was Neues? Es stimmt, ich hab gar nicht in den Schock geguckt. Ah, guck ich auch erst in der Lobby. Nein, mein Controller war gestern noch voll. Ist ja voll assi. 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 Ich kann ja jetzt schon hier in die Menschen angucken. Hä? Mann, das ist mal... Junge, das ist creepy. Ein Fehler ist aufgetreten. Oh, super. Na toll. Ich sag, der Shop ist genauso scheiße wie sonst immer. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass der Emote hier ist eine ganz, ganz billige Kopie von... Oh, Mann. Die ist ein Mod gerade im Shop ist halt eine ganz, ganz billige Kopie von dem hier. Also merkt euch den hier mal. Also merkt euch den hier mal. Der dribbelt und so. Und jetzt gucken wir uns den da oben an. mmm... An der ganz, ganz billige Kopie. willst du so ein emo das hier wie heißen die ehemost ja ehemost sie machen irgendwie folgt schlangen regen einfach einhändig eigentlich hatte im motor ganz schön drück aber der was soll das sein es gibt ja nicht mal mehr wüste das hätten die season weil ich was ist das what the fuck aber zu den passt doch nicht die fußball skins sind wieder drin ja das ist doch nicht normal das ging es nicht normal und der darf der ist vergruselig also der da sieht aus wie warte der da sieht aus wie wartet kurz ob es falsch ist also habt euch den gemerkt der sieht unnormal aus wie wo ist der wo sind der ist der lila episch legendary ich glaube das legendary es war ein gratis kinder hat man so gefeiert wo ist der denn hab ich den da doch doch der hier hat irgendwie wenn man das so macht haben sie voll ähnlichkeit miteinander irgendwie voll ähnlichkeit ich habe irgendwie bock ich habe keinen skin gesehen darauf habe ich mal bock aber ich habe bock den zu spielen irgendwie irgendwie voll bock drauf den spiel ich jetzt auch wie ein random duo kasten ich bin ein kleines fort mit kittig und ich spiel kasten dos und scharf wieso ist es denn so und schön ich bin gucken wie das aussieht kasten dos das ist alles von unscharf schweiß trin los 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 Hallo? Hallo? Was geht, Bro? Was geht? Nichts bei dir? Auch nichts. Warte mal ganz kurz, ich muss mal an der Schlöste ganz kurz ihren Maul stoppen. Ja, hab ich getan. Womit? Mit meiner Socke. Stabil, wohin? Sobald hast du nicht spielst du? Null. Du? Ich spiel jetzt in 3. Okay, wohin? Hm? Okay, Lazy. Ja, lass Lazy. Aggressiv nach Lazy gehen. Jo, dann werden wir vergangen. Bist du gut? Nein, ich hab seit ein Jahr ca. nicht mehr gespielt. Wie spielst du den Bell Pass? Wie bitte? Wie findest du diesen Bell Pass? Geht, ne? Kann man machen. Ich find die ganze in Ordnung. Die Skins sehn nicht. Über krass aus, dass ich sag, oh mein Gott. Aber ich sag auch nicht, kompletter Schrott. Verstehst du das ich mein? Ja. Wie alt bist du? Zwölft. Da sind wir wohl gleich gleich. Ich hör mich etwas jünger an, oder? Ja. Bist nicht im Stimmbruch, ne? Nein, leider nicht. Ja. Eigentlich kommt man ja auch erst mit 13 rein. Ja, geh weg, Medina. Hau ab nach die Fliege. Wird die Neue? Was? Wie alt ist sie? Was? Na die Schwester? Ja, nein. Die versuchten mich grad nicht in Böden zu bestechen. Ja. Darf ich den haben? Ja. Ja, sag du, du bist nicht vorbei. Welcher Landsmann bist du? Ich bin Türke. Du? Deutsche und Polo. Du hörst dich voll an wie ein Marokkaner, ganz ehrlich. Marokkaner Babalo, die ist da, seit noch mal. Null. Ja, genau. Ey, ich hab ne blaue Pump, willst du? Ich hab selber einen und hier den Gegner. Ganz mies. Mies kann ich sein. Hm. Ich hab die neue Sense, so willst du haben? Ja, ich kann sie nicht spielen. Ja, okay, ist aber halt auch so ne Skillwaffe. Ist voll die Spraywaffe für die neue MP. Ja, die Spielwaffe ich auch nicht spielen. Ja, deswegen. Aber ansicht ist die ganze okay. Oh mein Gott. Ich hab ihn in der Luft gelasert. Ich mag die halt nicht. Aber wer, wer ist das denn jetzt gewesen? Da ist ein Gegner, also wir haben schon gemacht. Der hat den Sensor bekommen, wenn ich ihn hier lassen kann. Hab ihn ja auch in der Luft gut. Einfach nur miese Krise. Ich brauch ein bisschen Schild. Hast du was? Hä, was ist das? Hä? Ja, damit kannst du Sachen klaffen. Ich brauch 1,5,5. Ich hab ne Minikern. Oh, ich digga. Ach das, was du. Oh, denke, was sind das für Scheißmonster? Die sind ja hässlicher als ich. Und ich hab schon voll die. Und ich hab schon voll die Katzenfrau zu halten. Da hinten ist noch ein Gegner mit RPG. Der Tipp kassiert. Digga, ich muss mich verschwinden. Haben die mich geholt. Baba locken, Seiten auf 0. Hinter die, hinter die, hinter die. Der da. Da. Nope, weil ich nicht bauen kann. Oh, er ist reiht. Wie? Ich schieb den an, Frank. Ist voll korrekt. Danke. Dann schau ja, hau rein. Dann schau schon doch noch. Ja, der auch. Danke. Maul. Stopp ich. Schon wieder dein Maul. Ey, Martina, wo ist der Bueno? Den hab ich nicht. Den gehst du mit auf der Stelle wieder. Nein, kotzt ihn nicht aus. Martina, hol mir einfach einen. Nein. Ey, sorry. Sorry. Das ist grad so cringe ist. Alles gut, ciao. Ciao, ja. Martina, du gibst mir jetzt auf der Stelle diesen Bueno, verdammte Scheiße. Der kotzt sich nicht aus. Gib ihn mir einfach. Der Junge ist weg. Jetzt schlage ich mich. Und du darfst so lange... Hallo? Milan. Milan. Hallo. Kann er überhaupt Deutsch? Oh, bitte. Sonst wäre das miese Krise. Oh, er kann Deutsch. Hallo, Milan. Wohin? Milan. 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 Auch Milan, antworte. Milan. 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 Hallo, Milan. Milan. Hallo, Milan. Milan. Mach nicht die Mo. Oh Mann, Milan, nur deine Schuld. Du bist hier. Ich bin ich de-pri. Milan. Ja, gönne die. Ja, gönne die. Milan. Ja, gönne den BG. Milan. Milan. Ja, tu die Waffe weg. Milan. Milan, dritten Alte ist 4. Ja, Milan. Milan. und ja und rückhaltig drücken sie alt ist auch wieder an antworten wieder und für meine karte bitte die danke ja dankeschön danke du bist ganz schön frech ich gehe jetzt tschüss miese krise tschüss schönen tag noch tschüss du komischer milan 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 so erstmal leute melden auf milan antwort zu plan oder maya der arme milan da wurde gemacht digga auf milan ich habe die kasse jetzt einfach rausgenommen die escape taste ja milan hast nicht gehört der milan bauflin zu das ist glatt ein paar taten auch wenn er jetzt immer meine runde ist nur meine katze noch eine katze noch zwei katzen hallo 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 nein ich kann chinesisch okay er sollen wir dann türkisch sprechen kann ich auch nicht hast du vielleicht gerade in der in der letzten runde hier einen lama getötet ja arschloch aber du hast mich gerade letzte runde getötet auf jeden Fall ist da ein einer mit dem gleichen Namen wie du gelandet er hat mich einfach umgebracht voll frech ich wollte Themen aber dann gleich ich gehe jedoch nicht hin ich glaube ich gefahren das ist mir zu viel Terror du bist böse du bist wahrscheinlich ein Team Pferd hey wo ist denn die Kiste du bist Team Pferd gibt es zu ich spielst du auf pc meine spieler auf Playstation kannst du mal die Playstation Taste drücken und einfach mal verlassen drücken mal alte Führung und drückt mal bitte alt ist 4 stimmt ich bitte aber das ist ein Scheiß gegner oh Junge was war das ich verstehe dich gerade irgendwie nicht du bist leiser als eine Maus und auch Junge was ich muss auf Controller wechseln ich bin kacke okay du hast ihn kannst du das war warte warte das war der der gerade meine Junge siehst du das auch was ich sehe was mit dem Lama passiert ist ich glaube ich auch ich glaube der Telek bekommt drücken Option und dann auf Match verlassen und dann auf sicher warum nicht dann kann ich allein ein epischen Sieg holen ich mag dich nämlich nicht du hast mich letzte Runde einfach getötet ich wollte auch hier nach der Hunde gehen immer nicht ich nehme gleich die Idee er will nicht auch dann nämlich aber ein Pferd und wenn du dann das Pferd nimmst du nämlich wieder Lama denn ich mache Ratterdata ich habe das rote Traktor getötet ich habe das rote Traktor getötet ich habe eine Frage kannst du dich entscheiden ob du das Headset drin lässt oder draußen lässt weil das sehr in den Ohren weh Aua okay du hast dich entschieden alter du bist voll leise sagst du den Ohren weh ja das du dein Headset die ganze Zeit raus und rein machst das tut sehr weh noch ein paar doch nicht so eine ganze Zeit so ein Rauschen die auch schon wieder ich bin schon ja jetzt ist das ich habe eine Frage kennen sie ein Herz ist gut im Klub kennen sie ein Herz ist gut im Klub okay ich bin weg ich hab Hexen lesen ich spiel's Bibi Blocksberg tschüss kennst du Bibi Blocksberg die ist voll hübsch ne ich bin Amadeus Bibi Blocksberg ist diese Amadeus und Sabrina nein nicht die ich weinte Bibi Blocksberg mit der Hexenwesen da diese Hexe guck ich bin Bibi Blocksberg Bibi Blocksberg nicht Bibi Blocksberg kennst du Bibi Blocksberg nicht doch ich kenne Bibi Blocksberg wer ist Bibi Blocksberg denn ist ein Junge oder ein Mädchen 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 hat jemand gestorben einfach so und Schick Mc Nuggets Lama ist gestorben ey meine Gang greift deine Gang nie wieder an ich sag meine Gang oh ein Wildschwein ein Wildschwein das ist wilder als ich oh Schick & Mc Nuggets ja das will ja das will ja beim Lama das ist die Baby Blocksberg die dumme Hexe reitet auf dem Pferd ich kenne nur Bibi und Tina ja das ist die mit dem Pferden ja Bibi Blocksberg die dumme Hexe reitet auf dem Pferd oh ja ein Schwein heißen Dreck was wieso verarbeitet die jetzt ein Zombie ja keine Ahnung was sind diese Dinger die sich das ist so jemand der sich der will der mich fressen das ist so eine Frau die sich als irgendwo zu geben schon zu wandeln oh da liegt was goldenes ich treffs nicht goldes ist grau nein das ist gold das ist ein Besen ein Besen ein Besen kann ich auch wie soll es sein ja komm her warte ich bringe den oh Digga das braucht vor lange bis es nachgeladen ist Bibi Blocksberg die dumme Hexe reitet auf dem egal das ein Gegner ja komm her ah er ist eine Spraynote Aua hallo noch da guten Tag an der Person die im Stream ist keine Angst ich bin ein bisschen gehindert ich bin vor Kacke auf 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 oh nein geh weg cringe nein ich habe gegen ein Lieb oh mein Gott hallo bist du noch da Junge der lässt mich einfach alleine hallo an die Typen im Stream kannst du mal was reinschreiben ich bin alone er ist wenigstens noch drin und verlässt mich nicht äh ich bin cringe oh nein da ist noch einer man ich habe gar nichts gemacht nein ich bin so kacke ich bin kacke ich kann leben Mann du Arschgeburt Entschuldigung oh er hat ein Like da gelassen da kussen das wird jetzt cringe wenn er sieht dass ich verlassen habe ok er hat das gesehen gut so das wird er noch cringe kannst du bitte was schreiben sonst kriege ich Reuskrex bitte 100 Vibugs ich bin reich ich habe 140 auch auf dem Konto ich nehme einen Skinder der triggert mich oh man jetzt ist die Person raus du Arsch oh pfff die Person ist noch drin Entschuldigung hi hehehehe oh rönd oh ein Kaktus ein Kaktus ein Kaktus guten Tag Felix Felix grönd guten Tag guten Tag mit dem den K ho ho ja ich habe den Baller immer noch morgen er gibt es im Kaktus im Urschi bitte 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 nein Nebos habe ich mir jetzt Gedanken gekauft zum Anschauen Ups ach oh ein Fisch Mann jetzt bin ich wieder alleine ich werde einfach alone gelassen Junge ich habe einmal den Banner und einmal den cringe ja er ist doch drin ja wieso wird das bei mir nicht angezeigt dritte Nachricht zwei drin hä hi hallo hört man mich hallo 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 ey jetzt bin ich schon wieder alleine drin mann ein Fisch mann den mache ich jetzt grün fertig habe ich meinen grünen Fisch hä häh wieso bin ich denn jetzt schon wieder alleine drin mein anderer account ist drin felix ist wieder raus wie es scheint egal das triggert mich voll man felix wenn du jetzt heil reinschreibst ok ich bin so dumm das ist fall mein falscher account ich habe den account gar nicht mehr ich bin so doof ist es geht ja rp hallo 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 es geht alles was beinahe hat außer tisch und schüler naja wo wir zu landen weiß ich nicht dann war es mal lazy lake ok oder werden jetzt viele sein gott auch scheiße ich bin raus mehr dann als präsent ok darf ich ihre stimme für youtube verwenden er felix ich kann dir doch kein bot geben er hat mich eingeladen ich bin mal kurz hinweg bin ich in seiner lobby ok ich bin mal kurz gruppenkanal hallo 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 herausocolmo die blüffnung gibt man hätte schon wieder nicht dickgang Mann kann nicht nur hören selig falls so redest und ich bin kurz wieder spielkanal argentine gekostet muss finde ich nicht vdm was ich habe sie aber gerade vdm wieso leben sie doch du kannst du nicht kennen im auto egal noch mal ja ich will mich abfangen ich mir jetzt auch scheiße dabei ninja hilfe hat man mich noch scheiße wie geht das vdm nun jetzt habe ich kein ap bekommen wir zu forschen ja will ich da sind wolfgänger schon mal kurz wie der andere kanal hallo felix habe ich blockiert hallo 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 ja jetzt hätte ich hatte dich noch blockiert die ich ihre stimme für youtube verwandten auf gar keinen fall nicht so dass du noch nicht hört nicht nur eigentlich dürfen wir nicht glaube ich ich habe auch mal hört mich okay dann auch so ich darf ja die stimme für youtube verwenden okay ich komme raus früher ganz nie früher konnte man mich nie hören du bist der jungen ich kann dir keinen mutter als man falsch account ist die bräse ein frasche musik im hintergrund weiß ich sie bei dir oder weiter dass sie mein vater kann auch nicht nur mein pokémon die zocker okay wie sind sie denn auf meinem kanal gestoßen wer hat sie inspiriert deine scheiß freunde von trage dort gesagt du blockierst mich mal aber auch gleich sie natürlich nicht und dann war es live und ich konnte dich gucken und konnten wir zu gucken und die haben ein tollen tag auf uns betätigt sich dass du mich auf insta weil sie nicht ich habe eigentlich dein vater angeschrieben weil sie ist nur haben was du bereit ich gebe dir auch küsschen auf der linie ist ja hör mal hör mal am anfang ich mache immer ich mache den mode und wenn er sagt habe keinen tollen tag mache ich hinweg ich spiele aber auf maus und tastatur ja das finde ich könnte auch machen auch mein gaming pc mit rtx grafikkarte mann ich hasse es wenn ich live dann ist die internet leitung voll kacke ich hasse das was mein bildschirm hängen blieb obwohl ich rtx grafikkarte aber siehst du ja sag ich doch ich habe rtx grafikkarte kreis sie sexy ich mobile den jetzt hier kurz du fort mann nur einmal rege fort mann nur wohin gehen wir ich habe bock auf das hier aber irgendwie sind da solche kacken und dann kann doch lacey und nie lass nicht bitte okay kommen lassen sie okay wie geläst ich wieder kontrolliere ich habe ein bock mal auf mädchen es hat mich kein bock mal auf lay sie bei mega die route ist direkt da drüber hast du auch da ist ganz ordentlich mehr hast du auch so ein mikrofon ich habe was ja ich weiß doch was du meinst ich meine mikrofon nicht hätte ich weiß wie ist das wieder war meiner 20 euro aber voll gut weiter und dann sind die große da beteiligen mehr weil ich weiß was an weißt du was an den dingern so scheiße ist du kannst ein fenster das ist auch da ist junger woher hatte jetzt mal singen hallo ich bin die fette hexe na 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 baby blocksberg ist die season bei nahe kaum geknacht ich bin aber ein camp ich bin auch so scheiße gta rp habe ihn gefickt von vdm ja das kommt jetzt rüber geworfen du kannst nichts er baut ab komm her komm her komm her und jetzt holen wir voraus holen wir voraus sein die war wieder ab es hat geklappt er muss ich immer alle kills machen ja wenn man sich da hinten doch nur eins ja ich bin ein baby wachsberg da ist es mir kalt wo denn ja ich kann mich einfach in die wände ein und fertig dann bin ich bin sicher guck mal glücklich sagen du kannst mich kein vorn und spielen ich habe auch seit ein jahr nicht mehr gespielt seit gar nicht mehr auf controller gespielt ich auch nicht ich habe nur noch auf vdm n ich habe keine mädchen den du machen willst dann klaue ich mir doch nicht das ist meiner nein 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 okay kommen wir jetzt noch ein auf ich habe welche jetzt nur einzig zum nachladen heuchler wusste afrika ja ich habe halt nicht mal eine pampel in den haus wir können ist meine wand den wollte ich ja nie mal eine sache hat er kein loot nein doch ich dachte so ich auch das ergibt da was pick ecksen kommen okay doch nicht ja ein kill wenigstens bitte 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 ich glaube der typ hier macht stress der gehört mir bitte ich habe halt keine munition mehr in der runde liefen warum das goldener papagei das goldener papagei der fliegt jetzt weg ist längst du schafft den trickshot ja wenn wir gar nicht er hat der papp für mich liegen lassen ich küsse deine eier jungen musikal kontinuier zu vorderungen ich würde sie alles alleine willst du munition haben nein ich habe es ich habe mir gerade extra für die hier liegt noch 24 munition ich habe ja ich habe alles netz also munition da da will ich auch ein blick mal abhaken ja 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 dann gearbeitet ich gehe schon arbeiten ey isana gehst du auch schon arbeiten essen für mich ein ganzer topf nur für mich ja echt jetzt war die brästel ich hab so willigen ich hab einen neuen kind alleine gemacht und dass nun lieben liebe dich ich geschme 在 Script our es ist nicht ihr entahlt ich komme gleich helfen nach der runde index du bist du zogst lieber bei mir bei mir essen da geht doch essen dann vdm sehen doch bei mir dann sind auf dem weg mit baby blocks hat ein mauer der ist ja ich bin noch da ja der eine ist tot fast der eine hat die bekommen nein hat den besten die kürger auch gekommen gerechtlich nur dazu ja erst dann habe ich glaube ich glaube ich ich hielt ich nur wenn du sagst es tut mir leid alles was ich zu dir gesagt alles leider nicht vielleicht nicht die fahrgüter der gegner kann der gegner kann mir sehr gefährlich oder hinten ist ja noch ein gegner der kennt mir auch sehr gefährlich ich muss die 10 kild schaffen ich habe den minis geben das reicht schön saftiger nut waffen waffen ach willst du auch loot haben ja ja komm doch ja gehen wir arbeiten ich bin geringwerde genug geht nicht ich habe die pappen bekommen ich bin ein arschloch okay ich helfe dir ausgangsweise heute noch das sind ja echte gegner ja nein der gott mir dort mit mir nicht geteilt das lila nach habe in kiel und ich passt eine spaß da kommt ein gegner da oben egal es geht so ein natürlich ein tag noch ein auto der hat nicht vdm junge ja genau bin tot warte das war der der die letzte runde getötet hat das war der die letzte runde getötet hat dein teammate von letzter runde ja das war die salame ich bin kurz essen holen okay und Oh Felix, was ist das denn? Da ist eine Nachricht. Ich weiß nicht, was du jetzt hieß. Hallo? Äh, wieso bin ich denn aus der Lobby? Loll! Hä, wieso bin ich denn aus der Lobby geflogen? Hallo? Wieso bin ich nicht mehr in der Lobby? Weil du geliefert hast. Naja, aber ich mach mal kurz. Hä, wie kann, kann man nicht mehr aussetzen? Nö. Warum nicht? Ich weiß nicht viel für unsere gebildeten Kinder. Hä, hä, warum kann man denn nicht mehr aussetzen? Weil du auch noch gebildeten müsst. Sag mal wieso. Das ist doch nicht. Hä? Loll. Naja, dann verlasse ich in der Zeit, okay? Nee. Äh, okay. Ach, mach auch den Stream, schönen Tag noch. Hoffentlich verreckt ihr alle Corona. oder?